Hallo, hallo, zurück zum nächsten Türchen im Adventskalender, das wir zusammen aufmachen können. Viel Spaß! Also, heute gibt es wieder Tipps oder Ideen für Weihnachtsgeschenke. Und es ist ja nicht mehr so lange. Deswegen gibt es heute Tipps für Last-Minute-Weihnachtsgeschenke. Und ich habe mir so ein paar ausgedacht, das war nicht so einfach. Also, die andere Kategorie mit den selbstgemachten Weihnachtsgeschenken, das war einfacher. Aber ich habe so ein paar Sachen. Und die erste Kategorie sind ESMA, Filme, Bücher, Musik. Das kommt natürlich darauf an, ob die Person, die ihr beschenken wollt, dafür Interesse hat. Aber das sind oftmals Geschenke, die man relativ kurzfristig noch besorgen kann. Und wo man auch sehr zielstrebig losgehen kann und sie kaufen kann. Also, das waren so Sachen, die ich auf den letzten Drücker gerne mal gekauft habe. Dann greife ich auf eine Idee vom anderen Tag zurück, nämlich die Gutscheine. Die kann man natürlich selber machen und die kann man auch in letzter Minute selber machen. Aber du kannst auch einen Gutschein, eine Karte kaufen und entweder eine eigene Dienstleistung als Gutschein hineintun oder eben auch einen Gutschein kaufen. Das ist die zweite Idee. Na, nicht wirklich eine tolle Idee. Aber immerhin auf die Liste hat es der Gutschein dann doch noch geschafft. Das dritte sind dann die Süßigkeiten. Und super leckere Süßigkeiten sind immer gerne gesehen. In meinem Hause zumindest und in meinem Magen. Ich glaube, damit kann man nicht viel falsch machen. Und es gibt wirklich super tolle, leckere Süßigkeiten. Alternativ kann man natürlich auch hingehen und eine schöne Flasche Wein, Schnaps. Ich habe auch mal eine Flasche Schnaps, der war super, super lecker, Geschenk bekommen. Da so ein bisschen mitspielen. Und wenn man da sich vielleicht nicht gerade das Babys holt oder sowas, was man in jedem Supermarkt bekommt, dann freut sich derjenige sicherlich darüber. Die nächste Kategorie ist dann ein Klassiker. Das ist auch der, ja, ich glaube, die Sache, die gerne bei Männern so auch in letzter Minute geschenkt wird. Aber auch vielleicht Männer für Frauen. Und zwar spreche ich von Parfüm und Rasierwasser. Also immer, wenn wir nicht wussten, was wir dem Papa schenken sollten, dann hat er Rasierwasser bekommen. Und gut, dass er sich rasiert hat und das dann auch wirklich gebraucht hat. Ja, das ist natürlich immer eine Möglichkeit noch. Und damit kommen wir zur letzten Idee. Und das ist mein Favorit. Das habe ich mal ein Jahr wirklich gemacht für alle Menschen, die ich geschenkt habe. Und zwar bin ich einfach hingegangen, kurz vor Weihnachten und habe für jeden ein Duschgel und eine Seife oder ein... Also diese ganz normalen Sachen, auch nicht die super teuren Sachen, habe ich gekauft. Ich habe nicht das Billigste genommen, aber ich habe auch nichts super Teures genommen. Und ich bin einfach in einen Drogeriemarkt gegangen und habe für jeden so für 10, 15 Euro Artikel gekauft, die jeder braucht. Und das Erstaunliche war wirklich, dass sich alle gefreut haben über diese ganz einfachen Artikel, die sie dann auch wirklich gebrauchen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wie oft ist es, dass wir etwas Gutes geschenkt bekommen und das gar nicht so sehr benutzen, weil es eben etwas Gutes ist. Mir ist das schon oft passiert. Okay, hast du noch eine Idee für ein Last-Minute-Geschenk, dann ganz schnell in die Kommentare schreiben, damit auch andere davon noch profitieren. Und ansonsten bis morgen zum nächsten Türchen. Tschüss! Tschüss!